So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ich möchte heute ein kleines Video zum GoFast Seattle machen, bzw. ein kleines Fazit abgeben. Nochmal kurz auf die Karte vom Park eingehen, auf die Habitate, auf die Aufteilung und die Ausbeute zeigen. Ja, die Ausbeute, okay, was war da denn los? Erstmal, bevor wir überhaupt anfangen, muss ich aber unser Kanal-Maskottchen für diesen Monat einblenden, das ist das Mew. Das packe ich jetzt hier hin, damit das nicht mit dem Moskito sich ins Gehege kommt. Und gleichzeitig möchte ich auch mal hier diese Karte fix drauf machen zum Anfang. Das Besondere an Seattle war, dass das Event theoretisch in zwei Teile geteilt war, anders als Berlin, Berlin GoFast. Ihr wisst, wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch gerne mal an den GoFast Vlog aus Berlin. Wir waren da, wir haben viele Leute aus der Community getroffen. Der Park war gefühlt riesig. Du bist endlos gelaufen, hast trotzdem nicht alles gesehen. Vieles war versteckt, es war unübersichtlich. Viele Leute haben sich da beschwert. In der Mitte war ein Riesensee, sodass man irgendwie immer außenrum laufen musste und im Kreis. Da finde ich den Park in Seattle auf jeden Fall viel gemütlicher, viel besser, viel übersichtlicher. Gleichzeitig heißt das aber, der Park in Seattle gefühlt war so klein, da konntest du nicht einfach alle Leute unterbringen. Also wurde das in Seattle so geteilt, dass man sich entscheiden konnte, möchte man mit seinem Ticket tagsüber spielen, frühs bis mittags so oder nachmittags. Ihr konntet also auswählen von 9 Uhr bis 13.30 Uhr oder von 14.30 Uhr bis 18 oder 19 Uhr. Weiß ich jetzt gerade nicht, was da das Ende war. Wenn ihr euch entschieden habt, 9 Uhr bis 13.30 Uhr zu spielen mit eurem Ticket, durftet ihr von 9 Uhr bis 13.30 Uhr in diesen Park. Das ist ja das Gebiet von dem Park. Mehr ist es nicht. Es sieht klein aus, es ist auch klein, es war gebütlich und übersichtlich. Alle anderen, die ein Ticket hatten, konnten in diesem Zeitraum also nicht in den Park, konnten aber von 9 Uhr bis 13.30 Uhr in der Stadt spielen. Egal wo sie waren, in Seattle hatten sie die Spawns vom Go-Fest. Sie hatten keine Habitate, aber sie hatten alle Spawns vom Go-Fest. Dann wurde gewechselt. 14.30 Uhr sind die Leute, die in der Stadt spielen mussten, dann in den Park gelassen worden. Und 14.30 Uhr hat es in der Stadt angefangen für die Leute, die vorher im Park waren. Und irgendwie finde ich dieses Schema total genial. Ich weiß nicht warum, ich finde es genial. So konnten insgesamt auch viel mehr Leute mitmachen, mitspielen. Viel mehr Leute konnten einfach sich ein Ticket holen, weil nicht nur die, die in den Park gepasst haben, ein Ticket hatten. Auch alle Leute außerhalb in der Stadt konnten dann spielen und man hat sich einfach irgendwie abgewechselt und weiß ich nicht. So hat das irgendwie das Doppelte nochmal gebracht. Na gut, wenn jetzt 10.000 Leute im Park sind und in der Stadt sind 100.000, können nicht dann 10.000 raus und 100.000 rein, ist ja auch klar. Aber in Berlin, alles war im Park, alles sind rein, haben da gespielt, sind wieder raus. In der Stadt gab es an sich nichts, außer halt an dem Wochenende, das ganze Wochenende, diese besonderen Raids, die es da gab mit Darkrai und Cresselia, was diesmal auch wieder so war. Aber diese Aufteilung, ein bisschen da und dann so lange dort und dann wieder gewechselt, war in dem Moment richtig cool. Denn erst hast du dich nach den Habitaten gerichtet und dann hattest du freie Hand und die Habitate waren auch richtig genial von der Aufteilung her. Denn das war der Südeingang hier unten. Wenn du hier reingekommen bist, hast du direkt den Electric Garden gehabt und im Electric Garden war Wadribie als neues Pokémon in Shiny verfügbar. Man konnte super diesen Bereich hier abgrasen. Immer nur hier unten diesen Bereich abgrasen für Wadribie. Wer Wadribie gesucht hat, hat sich hier aufgehalten, hat hier gespielt. Richtig stark. Hier seht ihr dann Cloud Sanctuary, also hier dieses Wolkengebiet, was gefühlt einfach von hier bis da ein kleines Rechteck war. Und man sich auf dieser Ebene bewegt hat für die Spawns aus diesem Habitat. Wenn man noch ein Stück höher ist, seht ihr hier VOAs, also die Oase. Das war auch wieder wie ein Rechteck angelegt, das ihr einfach auf diesem Rechteck gespielt habt. Da ist die ganze Zeit auch Lapras gespawnt. Da ist auch das Sodamag gespawnt, was es neu als Shiny gab. Und der letzte Bereich ist dann der obere Bereich, den ihr hier habt. Der Dreamy Mindscape. Hier sind die ganze Zeit auch Relaxos gespawnt mit Hut. Und noch übersichtlicher, noch besser, noch sinnvoller kann man das nicht machen. Das ist so genial. Es hat so viel Spaß gemacht, da zu zocken hin und her. Hier in der Mitte war alles auf einem Fleck. Und was es jetzt für eine Ausbeute gab, das möchten wir uns jetzt mal angucken. Dafür nehme ich mir mal hier dieses Handy, diesen Account. Ich gebe ganz kurz vorweg erstmal vier Sternchen ein, dass ihr seht, welche Hunderter es gab. An sich sind die Hunderter eigentlich nicht so interessant. Aber ein Hunderter finde ich besonders genial. Hier seht ihr zum Beispiel auch, als wir in Berlin waren, Pupsi hat in Berlin auch das 100% Relaxo bekommen. Also hat sie sich gegönnt, ne. Seht ihr hier noch? Berlin, Deutschland, Pokémon Go Fest, Berlin gefangen. 100% passt, 2. der 7. da. In Seattle gab es theoretisch nur drei Hunderter. Das Kamau. Das Tarnpignon. Und aber das Miniras. Und das Miniras kam aus einem Ei. Das wurde in Seattle ausgebrütet, kam aus einem Ei. Ich entwickle jetzt einfach hier die zwei Teile auch mal. Sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die nützlichsten, aber Miniras. 100% aus dem Ei ist auf jeden Fall schon ein Highlight bei Pupsi gewesen, weil das ist ja Pupsis Account. Das ist nicht mein Account, machen wir uns nichts vor. Mein Account ist gesperrt, das ist Pupsis Account. Pupsi hatte ein Ticket und Pupsi hat gesagt, wir können uns ja reinteilen. Wir haben dann immer abwechselnd eine halbe Stunde gespielt. 18 Uhr unserer Zeit ging es ja los, da war es dort 9 Uhr. Pupsi hat also eine halbe Stunde gespielt, dann ich eine halbe Stunde, dann sie eine halbe Stunde, dann ich eine halbe Stunde. Pünktlich dann, als die Premiere angefangen hat auf meinem Kanal, war Pupsi wieder dran. Ich konnte gemütlich die Premiere schauen. So, die sind jetzt hier fertig. Das Miniras können wir theoretisch auch einmal entwickeln. Da hat sie gleich den Pokédex-Eintrag auch noch davon. Und das war gut, weil Pupsi hat gefühlt immer die Shiny-Suche übernommen. Ich habe gesagt, ja gut, das sind ja Spezialforschungen da. Eine Spezialforschung im Park bei den Habitaten mit 5 Kapiteln, die du machst, wo du nochmal einen Shaman rausbekommst. Und dann im zweiten Teil, wenn du dann in der Stadt spielen musstest ab Nachmittags, gab es nochmal eine zweite Spezialforschung, wo man Mosquito rausbekommen hat. Und die Aufgaben in den Spezialforschungen, darum habe ich mich gekümmert, weil ich da die bessere Übersicht hatte. Pupsi sagt immer, sie findet sich da nicht zurecht. Das soll ich mal machen. Sie weiß doch gar nicht, welches Pokémon, was, wie, welcher Typ und welches Habitat und wo. Deswegen haben wir uns da immer schön reingeteilt. Ich habe also die Aufgaben übernommen. Und Pupsi hat die Shinies gesucht. Und theoretisch ging es hier. Wieso ist das jetzt eins verschoben? Weiß ich nicht. Theoretisch ging es hier los. Denn es war wieder wie in Berlin, immer zur vollen Stunde war alles komplett voll mit Icognito. Du hast alle Icognito gehabt, überall. Es gab keinen anderen Spawn, nur Icognito. Und das immer zur vollen Stunde, immer für ein oder zwei Minuten. Das war schon brutal. Wir haben auch eine richtig fette Ausbeute an Icognito, was mich jetzt ein bisschen ärgert. Denn nach Berlin haben mir ein paar Sachen gefehlt, die musste ich mir dann tauschen. Und jetzt hat Pupsi so viele Icognito, ich hätte einfach mit ihr tauschen können. Aber egal, es gab die Buchstaben Ultra Beast, eben wie auch schon in Berlin. Und das wird auch in Sapporo so sein. Das hier ist ein T, wer das nicht sieht. Ultra Beast hier einmal so. Dann haben wir natürlich hier Relaxo mit Hut bekommen. Noch ein Relaxo mit Hut bekommen. Hier ist ein Toggetick als Shiny dabei. Ein Weberack-Shiny. Ein Zubiris-Shiny. Pikachu-Shiny. Auch wieder mit diesem Shaman-Blümchen. Dazu wird es theoretisch morgen auch noch ein Gewinnspiel geben. Denn morgen verlosen wir fünfmal das Shiny-Pikachu vom Go-Fest. Und zusätzlich fünfmal das Relaxo-Shiny mit Hut vom Go-Fest. Wer das also noch nicht hat, kein Glück hatte und denkt, er kommt da eh nicht mehr ran. Dann macht morgen mit. Hier seht ihr Geronimatz, war auch wieder am Start. Geronimatz konnte man auch mitnehmen, etliche Male. Hier ist Quapsel dabei. Hier ist Waumball dabei. Waumball auch richtig schön ist. Shiny, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ele-C-Bak-Hau-Malad. Der nächste Icognito-Buchstabe, diesmal ein A. Ein Shiny-Sandarn. Hier ein B-Icognito. Ein R. Das müsste, glaube ich, ein R sein. Ein S-Icognito. Perlu. Perlu ist jetzt nicht so interessant. Und dann Flurmelpanzer-Aeron-Owei. Hier das erste Highlight. Ein neues Shiny, was ich auf jeden Fall noch gar nicht hatte, weil es ja auch noch nicht gab. Sodamark. Sodamark erstmal bekommen. Sodamark ist ja regional. Wird dann also wahrscheinlich schwer sein, hier auch zu bekommen. Obwohl jetzt in diesem Event mit dem Hisui-Entdeckungen ist das ja momentan dann während des Events weltweit verfügbar. Und als Shiny. Und man kann das während des Events fangen. Hier also Sodamark mitgenommen. Hier ist noch Anton. Hier seht ihr Grillmark, wer in Berlin keins bekommen hat. Grillmark gab es natürlich auch, weil es ja in Berlin released wurde. Gab es also Grillmark als Shiny und Sodamark als Shiny. Veggie-Mark als Shiny gab es noch nicht. Erst in Sapporo im August wird dann Veggie-Mark auch als Shiny eingeführt. Und in Sapporo können die natürlich dann also alle drei Affen bekommen. Als Shiny. Wir in Berlin konnten nur den roten bekommen. Dann gab es den zweiten Sodamark-Affen. Und dann als erste war Dribbje. Man hat sich nämlich dann ein bisschen gedacht. Okay, pass auf. Wir haben jetzt schon mal einen Affen. Wir wechseln jetzt mal ein bisschen. Ich habe jetzt hier gespielt. Ne, im Elektrikaden. Da habe ich nichts bekommen. Okay, ich spiele hier oben in der Oase. Okay, ich habe so einen Affen bekommen. Okay, ja, Oase. Ich gehe mal wieder hier in den Garten. Nichts bekommen. Ja, ich bin wieder in der Oase. Ich habe einen zweiten Affen. Na, dann muss ich aber jetzt wieder in den Elektrikaden hier. Wir brauchen ja Vatribbje. Und dann kam das Vatribbje. Und Vatribbje hat ja auch diese Eigenschaft. Du kannst es nicht entwickeln, wenn es ein Männchen ist. Es muss ein Weibchen sein, damit du es entwickeln kannst. Das ist ein Männchen. Du kannst es nicht entwickeln. Also geht ihr weiter. Bisesamen, Weberak, wieder Icognitos, wieder hier T. Und das ist ein L. Alter Biest. Ihr wisst Bescheid. Hier nochmal Toggetik. Wieder Vatribbje. Diesmal ein Weibchen. Das ist das zweite Vatribbje. Und es war direkt ein Weibchen. Ist auch das einzigste Weibchen, was man bekommen hat. Also ein weibliches Vatribbje ist da, was man entwickeln kann. Ganz wichtig. Aufheben. So. Krabbi, Wablu, Pikachu. Nochmal hier Vatribbje, aber wieder männlich. Vatribbje, Vatribbi, wieder männlich. Dann habt ihr hier Makabaya. Ist eigentlich auch ein mega seltenes Shiny. Habt ihr einen Shiny Makabaya in der Gala-Form? Schreibt es mal in die Kommentare. Kamau war ja relativ neu. Ist hier dabei. Rosanna. Den Rest hier braucht man nicht unbedingt. Ihr seht das ja ungefähr. Tarnpignon war noch ein relativ neu. Und eigentlich auch sehr cooles Shiny. Ist auch noch sehr interessant, sich das anzugucken. Nochmal Toggetiks dabei. Dann habt ihr wieder Icognitos. Also die gab es richtig brutal. Dadurch, dass die einfach überall gesessen haben, war das richtig easy going. Ich glaube, das einzigste Icognito, was mir persönlich fehlt, ist das J. Das J von der Jototour. Und ich biete es jetzt wirklich an. Wer da draußen hat ein Icognito J oder hat ein J doppelt als Shiny, würde das abgeben, der kann theoretisch alle Buchstaben von mir haben. Alterer Biest. Alle Buchstaben, die da drin vorkamen, kann der haben für ein Jototour. Vielleicht sagt einer, oh, ich habe zwei. Okay, wenn ich ein U und ein L und ein T und ein R und ein A und ein B und ein E und ein S und dann... Da gebe ich mein Jototour gerne ab. Meldet euch, wenn ihr ein Jototour habt und das abgeben wollt. Labra ist ja auch noch mal dabei. Ihr seht schon wieder Icognitos, so viele Fleckmonier, Traumato, wieder Relaxo dabei, Teddy Ursa. Hier ist das nächste Sodamag. Ich finde, das hat so eine geniale Farbe auch. Wieder Icognito, Baldorfisch zwischendurch. Hier ist sogar ein Kogovallejo. Das sieht man nicht. Gut, muss man hier runterziehen, dass man das sieht. Pionsgora auch richtig schönes Shiny. Nochmal Sodamag ist dann das vierte. Wieder weitere Icognitos, Tanpignons, Galamakabaya. Nochmal Sodamag. Hier oben schon wieder Vadribie. Das war... Ich denke mal, das ist dann sogar schon in den Stadtteil übergegangen, wo es keine Habitate mehr gab. Noch mehr Icognitos, noch mehr Vadribie. Noch mehr alles bunt gemischt. Hier ist jetzt ein E. Und das hier sind die letzten drei. Die waren dann außerhalb des Events. Mantags Sterndu und Ponita, wo Mantags natürlich auch richtig genial ist. Und das dürfte das letzte gewesen sein. Das Quapsel, was eben da direkt gekommen ist. Und jetzt sehe ich, ich habe es komplett falsch gemacht. Boah. Ich habe auf Schillern gedrückt. Ich wollte doch gar nicht auf Schillern drücken. Ich wollte doch eigentlich normal rein und runter scrollen. Jetzt habe ich es versammelt. Moment. Wir hätten uns das doch anders angucken müssen. Wir hätten uns das... Was fängt es denn an? Wir hätten es uns so anschauen müssen. Das ist Berlin. Das siehst du schon. Jetzt müssen wir nochmal schneller überfliegen. Es gab nämlich, damit ihr die restlichen Spawns auch mal seht, ne. Scrollen wir kurz mal durch. Monozyto war hier dabei. Haben wir jetzt noch nicht so gesehen. Slimer gab es. Mirapla Lichtl gab es auch. Rotom. Wenn ihr Fotobombs gemacht habt. Ihr habt natürlich wieder Rotom als Rasenmäher bekommen. Ich glaube fünfmal konnte man es bekommen. Dann haben wir hier Lithomyf gab es. Boomies gab es. Es gab das Schämen. aus eben der ersten Spezialforschung. Hier Schämen nochmal mitgenommen. Na ja. Werde sind jetzt leider nicht so berauschen. Wir scrollen weiter. Hier gibt es ein Dark-Reihe. Denn man muss ja für eine Aufgabe auch ein Raid machen. Ist direkt ein 98er geworden bei Pupsi. Hat sie sich gar nicht gefreut, weil sie es gar nicht mitbekommen hat. Dann haben wir noch ein Dark-Reihe. Dann haben wir hier noch was weiß ich. Dann machen wir hier noch so. Schnell, schnell, schnell. Da ist das Hunderter. Genau. Wo sind die Highlights? Wo sind die Highlights? Kaumalad auch. Wer Kaumalad Bonbons gebraucht hat. Der hatte auch gute Cutten gehabt. Man konnte schön Labras Bonbons fahren. Man konnte Relaxo Bonbons fahren. Kaumalad Bonbons fahren. Milza. Das war glaube ich gebrütet. Milza habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Milza muss gebrütet worden sein. Dann hier aus der zweiten Forschung, aus der zweiten Spezialaufgabe, das Maskito. Das habe ich als Short-Video hochgeladen, wie wir das gefangen haben. Und das ist so ein geniales Pokémon. Wenn das eingeführt wird, das möchte ich unbedingt als 100%. Ich werde so viel raiden, bis das als Hunderter da ist. Das muss hochgezogen werden. Das ist das genialste, krasseste Pokémon, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das Shiny aussieht, aber das sieht bestimmt auch richtig krass und brutal aus. Das war also dann schon der Stadtteil, weil Maskito, muss ja Stadtteil gewesen sein. Da gab es aber vermehrt plötzlich Milza. Und warum? Weil die gebrütet wurden. Die sind also alle gebrütet. Da ist das Hunderter auch gebrütet. Und das war halt theoretisch dann der Rest. Die sind jetzt gleich wieder oben angekommen, hoffe ich. Ja, das Hutsasa, das haben wir gerade entwickelt. Ein Krypto ist auch noch da. Wenn wir das erlösen, wird es ein Hunderter. Wollen wir es erlösen? Nee, oder? Gut, lösen wir nicht. Ansonsten war es das eigentlich. Ich finde, Maskito ist einfach das genialste Pokémon. Von den Ultrabestien das, was mir am besten gefällt vom Design her. Das gängigste. Und ich fand diesen Park, diese Aufteilung, diese Habitate, diese Flächen, gerade dass das nicht zu groß war, dass das übersichtlich war, dass du das genau immer wusstest, was, wie, wo. War super. Auch die Aufteilung erst Park, dann Stadt oder erst Stadt, dann Park. Und dieses Abwechslende war frisch, war erfrischend, war genial. So vom Reinspielerlebnis und der Organisation der Aufteilung, dem Logischen her, fand ich Seattle auf jeden Fall besser als Berlin. Aber Berlin hat natürlich vom Vor-Ort-Feeling-Community-Treff-Dings gelebt. Das will ich jetzt nicht niedermachen. Ich bin mal gespannt, wie Sapporo aussieht. Wie da die Map ist, wie da die Habitate sind, wie da die Aufteilung ist. Denn Sapporo wird ja auch zweigeteilt, dass man in der Stadt ist und dann in den Park kommt oder im Park anfängt und dann in die Stadt geht. Habt ihr die Safari-Zone gespielt? Egal, wo auf der Welt ihr euch befunden habt. Habt ihr die gespielt? Wart ihr vielleicht sogar dort? Habt ihr Spaß gehabt? Habt ihr eine gute Ausbeute? Hat jemand ein 100% Mosquito bekommen? Das wäre der Schocker der Woche. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. 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 Bis dahin.